Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und ich zeige bildenden Künstlern, wie sie mit authentischer Selbstvermarktung endlich erfolgreich ihre Kunst verkaufen. Herzlich willkommen zum Kunstverkaufen-Podcast, dem Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du erfolgreich deine Kunst vermarktest und schließlich auch verkaufst. Und in dieser 108. Episode des Kunstverkaufen-Podcasts möchte ich auf eine Frage zu sprechen kommen, die mir über YouTube gestellt wurde, und zwar von einer Person namens Kanalname. Ja, das ist auch kreativ. Und es geht um Direktvertrieb, auch kalter Quise übers Telefon und was man damit anstellen kann und ob das sich auch lohnt für den Verkauf von Kunst. Und ich möchte einfach erstmal diese Frage vorlesen. Ja, ich hätte da auch noch eine Frage bzw. Anregung, um an die Kunden zu kommen. Also, den Direktvertrieb oder indirekt per Telefon. Der Direktvertrieb ist in Deutschland ja nur im B2B legal, aber trotzdem denke ich, dass ich auch im Kunstverkauf das Telefon, dass im Kunstverkauf das Telefon ein gutes Instrument sein kann, die Kontakte herzustellen. Du hast, bist in einigen Videos schon darauf eingegangen. Da ging es aber eher um strategische Partner. Gibt es da vielleicht einen Weg, das Ganze per kalter Quise wie ein Handelsvertreter zu versuchen? Also, direkte Verkäufe oder zumindest Kontakte zu direkten potenziellen Kunden herzustellen? Sehr gute Frage, Kanalname. Da möchte ich auf jeden Fall drauf eingehen, weil das wird dir sehr gefallen. Das wird wahrscheinlich jedem da draußen gefallen, weil es ist eine sehr unkonventionelle Art und Weise, Marketing zu betreiben, was ich dir jetzt vorstellen werde. Guerilla-Marketing ein bisschen. Denn ich habe selber auch in, ja, ich habe ja im Direktvertrieb auch gearbeitet. Also auch kalter Quise übers Telefon, stundenlang Leute abtelefonieren, Schlagzahl hoch und so weiter. Und da hört man nicht nur Positives. Und ich kann an der Stelle auch schon mal sagen, deine Strategie kann so positiv sein und so toll und Tonalität und was auch immer kann toll sein. Aber in den meisten Fällen ist die Erfolgsquote bei ungefähr 5 Prozent, wenn überhaupt, wenn da jemand irgendwie drauf eingeht. Und dann stellt sich die Frage, wie viele Stunden hast du jetzt dafür investiert, um überhaupt jemanden zu erreichen, der eventuell daran interessiert ist. Und dann musst du ja trotzdem erst hinfahren und dann musst du erst mal den Kontakt herstellen, musst ihm das Kunstwerk präsentieren, den Wert dieses Kunstwerks, ihm dann halt auch verklickern, vielleicht auch Kunstdrucker anbieten und so weiter. Sehr viel Zeit, die man dafür investiert. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das? Gibt es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit? Und ja, es gibt sehr wohl eine andere Möglichkeit und die werde ich dir heute vorstellen. Also wir haben ein Konzept, eine Strategie, die kommt aus dem Direktmarketing. Also nicht Direktvertrieb, sondern Direktmarketing. Was ist Direktmarketing? Wenn du einen Verkaufsbrief hast, den versendest du und der hat als Ziel, dass die Person eine gewisse Aktion ausführt. Vielleicht sich irgendwas ansieht und wo anruft oder irgendwas wegschickt. Das kennt man ja vielleicht aus den 90ern. Da war das ja gang und gäbe, dass man so Werbemails bekommen hat über normale Post. Und dann ist da so ein Produkt, das vorgestellt wird und dann wird da eine tolle Geschichte erzählt, wie halt ein Verkaufstext einfach aufgebaut wird. Und am Ende hat man dann eine Telefonnummer mit einer gewissen Endziffer. Endziffer 1, 2 oder 3. Diese Endziffer unterscheidet sich je nachdem, welche Variation du gerade erhalten hast. Also normalerweise wird sowas getestet im Sinne von, du hast da, sagen wir mal, 1.000 Stück und 333 werden halt mit der Endziffer 1 versehen, mit der Telefonnummer. Und da ist halt ein bisschen was an dem Winkel, wie man halt das Problem beschreibt oder wie man das Produkt beschreibt, geändert. Dann haben wir Endziffer 2, da wird wieder was geändert und so weiter. Und dann kann man am Ende herausfinden, welche Variation hat besonders gut funktioniert. Woran? Natürlich an der Anzahl der Anrufe, die man erhalten hat. Ganz einfach. So entstand Direktmarketing, das ist auch etwas, glaube ich, das in den 20ern entstanden ist. Und es funktioniert bis heute sehr, sehr gut, weil der Mensch hat sie nicht verändert. Der Mensch hat Bedürfnisse. Der Mensch will Dinge kaufen und will seine gewünschte Identität oder Situation erreichen. Und vielleicht, vielleicht kann auch deine Kunst dieser Person dabei helfen, dort anzukommen. Und da ist natürlich der Punkt jetzt. Wie kann man die Menschen dazu bringen, dass sie überhaupt sich das alles durchlesen? Also ich bin, wie gesagt, in der Kalterquise im Vertrieb auch gewesen. Und das war nicht immer angenehm. Ja, also telefonieren mit fremden Menschen macht mir irgendwie trotzdem Spaß. Aber es gibt effektivere Methoden. Vor allem, weil die Leute bekommen halt ständig Anrufe und die haben da keinen Bock drauf. Weil sie sind gerade in etwas drinnen. Sie arbeiten gerade an etwas und dann bekommen sie einen Anruf und denken, okay, das könnte wichtig sein. Und dann ist da halt irgendein Vertreter. Und dann denkst du dir gleich, was willst du jetzt von mir auflegen? Weil ich auch den Wert nicht begreife, den du mir eigentlich bieten möchtest. Das heißt, da muss man schon eine gewisse, klare, vernünftige Strategie haben und so weiter. Das braucht sehr viel Zeit. Deswegen Direktmarketing ist etwas, was auf jeden Fall besser funktioniert. Also Verkaufsbriefe. Problem ist allerdings, wenn du halt jemanden hast, vor allem den Entscheider in einem Unternehmen, wenn du dann einen Chef hast und der will halt einfach auch seine Ruhe haben und der will in Ruhe arbeiten. Der hat seine Prozesse, die er da machen muss, seine Systeme, auf die er halt auch Acht geben muss und muss halt auch auf seine Mitarbeiter Acht geben und so viel zu tun. Und dann kommst du mit einem Werbebrief. Funktioniert natürlich nicht. Warum? Weil du einen Gateskeeper hast, also jemanden, der zwischen dir und zwischen dem Chef halt sitzt. Also entweder eine Sekretärin oder ein Sekretär, je nachdem, wie man das nennt, oder irgendwie einen Assistenten. Und der filtert natürlich die eingehende Post aus und sagt, okay, das ist Werbung, Mülleimer. Das könnte relevant sein, tun wir mal in den anderen Stapel. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass du nicht in den Mülleimer gelangst. Wie kannst du das schaffen, dass du nicht in den Mülleimer gelangst? Und das sage ich dir. Lumpy Mail. Das nennt sich Lumpy Mail. Warum Lumpy Mail? Das ist ein Konzept, das schon seit, weiß nicht, eine Strategie, die seit 30, 40 Jahren funktioniert. Und zwar ist es ein Brief, der so klobig ist, dass man ihn oben auf den Stapel drauf legt und sofort eben auch ankommt beim Chef. Ja, das ist ein bisschen blöd formuliert. Ich erkläre dir, wie das eigentlich funktioniert. Du hast einen Werbebrief. Wir beginnen mit dem Werbebrief an sich. Dieser Werbebrief hat ein gewisses Ziel. Du wirst über diesen Werbebrief nicht verkaufen. Das sage ich dir jetzt schon. Das ist sehr, sehr schwierig, über einen Werbebrief direkt zu verkaufen, weil dann müsstest du ein sehr guter Werbetexter sein. Du müsstest ganz genau verstehen, was in demjenigen vorgeht. Und dann ist es trotzdem noch sehr unwahrscheinlich. Das heißt, dieser Werbebrief ist danach ausgerichtet, was diese Person, was das Unternehmen für eine Zielrichtung hat. Das heißt, auch deine Kunst, die sich ausrichtet auf ein gewisses Thema, muss natürlich konkurrent sein mit dem, was diese Person für sich und sein Unternehmen als gewünschte Situation oder Identität formuliert oder definiert hat. Das heißt, es ist wichtig, dass du überhaupt erstmal eine Intention hast. Eine gewisse Zielgruppe, die du halt ansprechen möchtest. Und wenn dann dieses Unternehmen in dieser Zielgruppe ist, umso besser. Weil dann kannst du beginnen, diese Zielgruppe auch etwas besser kennenzulernen, die Bedürfnisse kennenzulernen. Und dann kannst du auch so ein bisschen Stalker-mäßig versuchen herauszufinden, was denn der Chef dieses Unternehmens so toll findet. Worüber er schreibt auf seinen sozialen Medien. Was er gerne in seiner Freizeit macht. Die Leute sind sehr, sehr freizügig heutzutage. Und meistens wissen sie auch nicht, dass ihre Facebook-Profile freizugänglich sind und die Beiträge alle lesbar sind. Vor allem sind sie meistens auf LinkedIn oder Xing. Und dann kannst du dir eben auch ansehen, was die denn da so posten und was das Ziel auch dieses Unternehmens ist. Das heißt, diese gewünschte Situation dieses Unternehmens und dieser Person ist natürlich ausschlaggebend dafür, was du in diesen Brief reinschreiben solltest. Was das natürlich ist, kann ich dir in dem Fall jetzt nicht direkt sagen. Aber du kannst auf jeden Fall ein gewisses Verkaufsargument nutzen und beziehungsweise ein Argument nutzen, das dazu führt, dass sie dir mehr Aufmerksamkeit schenken. Dieses Verkaufsargument ist, die Dinge, die wir täglich um uns herum haben oder die Dinge, die wir täglich sehen, beeinflussen, wie wir fühlen, denken und handeln. Sowohl im Negativen als auch im Positiven. Unsere Aufgabe ist es, bewusst Kontrolle darüber zu übernehmen, mit welchen Einflüssen wir uns ständig umgeben, damit wir auch einen Beitrag leisten können und halt auch unser Ideal unseres Selbst auch verwirklichen können. Das ist dein Verkaufsargument. Das ist ja auch der Grund, weswegen man Kunst kauft. Man will ja an etwas Positives erinnert werden. Man will ja nicht, weiß nicht, Deko oder sowas. Deko hat auch nämlich genau denselben Zweck. Man will sich ja toll fühlen. Man will sich ja nur besser fühlen. Alles, was wir tun, sagen, denken und so weiter, alles, was wir kaufen vor allem, hat ja den Zweck, dass wir uns oder tun wir in der Erwartung, dass wir uns danach besser fühlen, dass wir ein besserer Mensch sind oder eine bessere Situation erfahren. Wenn jemand Unternehmer ist, dann auch nur in der Erwartung, dass er sich im Laufe dieses Prozesses oder die Ergebnisse, die er dadurch erfährt, besser fühlt. Wenn er glaubt, dass er sich danach schlechter fühlt, würde er es nicht machen. Ganz einfach. Deswegen ist es für dich wichtig herauszufinden, was ist das Ziel dieser Person. Und das verarbeitest du genau in diesem Werbebrief. Beispielsweise, du hast jemanden, der sehr selbstbewusst ist. Meistens sind halt Chefs sehr selbstbewusst, sehr extrovertiert, manchmal sogar egozentrisch und wollen halt einfach so einen gewissen Wert nach außen enttragen. Die wollen halt auch irgendwie wirken auf ihr Umfeld. Und ich habe das ja schon mal in einer Folge mal angesprochen. So der Löwe, der im Managerzimmer hängt, der hat dann natürlich auch eine gewisse Wirkung. Erinnert einen daran, so ein bisschen auch die Führungsrolle zu übernehmen und so weiter. Gewisse Qualitäten, Tugenden auch zu kultivieren. Und dann kann man eben auch das ansprechen. Beispielsweise, ich habe von ihrem letzten Erfolg erfahren in XYZ und möchte Ihnen dabei gratulieren. Denn das spricht dafür, dass man halt auch gewisse Qualitäten an den Tag legt. Das geht nicht einfach nur so, das geht nicht einfach nur im Vorbeigehen, sondern es bedeutet Arbeit und natürlich eine gewisse Selbstkontrolle. Und dafür möchte ich Sie beglückwünschen. Denn meine Kunst spricht genau diese Tugenden an. Es geht darum, die Dinge in unserem Leben zu kultivieren und uns ständig daran zu erinnern, wer wir sein möchten, damit wir dann auch genau diesen Beitrag leisten können, wie Sie es in dem Fall getan haben. Und dann kann man halt mehr auf diese Kunst eingehen, die man halt auch anbietet. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt da mehr aus Werbetexten eingehen, so mit diesen ganzen Strukturen und so weiter. Aber es geht ganz klar darum, dass du da halt erstmal ihm begreiflich machst, warum es für ihn relevant ist, weiterzulesen. Jeder Absatz verkauft den nächsten Absatz. Also du erzählst nicht einfach eine tolle Geschichte, sondern es geht immer um den Leser. Es geht nicht um dich. Dass du das, was du machst, immer im Kontext sofort beschreibst, was für ihn interessant ist. Und dann eben mit dem Verweis auf deine Website. Du drückst da vielleicht nochmal so ein schönes Raumbeispiel rein von dem Kunstwerk, das ihn bestimmt auch begeistern könnte. Und dann halt einen Link, wo man sagt, hier erfahren Sie mehr sogar Videoaufnahmen, Detailaufnahmen von diesem Kunstwerk. Und ich bin gerne bereit, Ihnen das auch mal persönlich zu zeigen, damit Sie sich das auch einfach mal unverbindlich ansehen können. So in dem Sinne. Dann kannst du dich ein bisschen vorstellen, auch in einem Video, solche Geschichten. Was kommt aber da noch rein? Ich meine, das ist ja ein normaler Werbebrief. Da muss ein Auge rein, ein Glasauge. Ja, ein Glasauge. Also man kann unterschiedliche Dinge reintun. Man kann halt immer so eine Metapher aufschlagen. Aber in dem Fall, die Dinge, die wir täglich sehen, beeinflussen, wie wir fühlen, denken und handeln. Beeinflussen Sie, was Sie tagtäglich sehen. Ja, so und so. So, damit Sie die Dinge kultivieren in Ihrem Leben, die Sie wertschätzen, die Sie wichtig finden. Ich habe von Ihrem Erfolg gehört. Und so weiter. Und dann kannst du auf seine Geschichte eingehen. Und dann hat er eben diesen Anker mit diesem Glasauge, das dann auf einmal rausrollt aus diesem braunen Umschlag. Und dann diesen Text, der absolut auf ihn zugeschnitten ist. Wo er merkt, okay, das ist wirklich auf mich zugeschnitten. Das ist keine Massenmail. Und dann auch noch ein Link, wo er mehr erfährt. Dann hat er ein Video. Das ist eine komplette Erfahrung. Das brennt sich ein. Was würde passieren, wenn du auf einmal einen Brief bekommst und da räumt ein Glasauge raus? Du wirst dich erstmal mega erschrecken. Das heißt, Adrenalin kommt hoch. Dann bist du neugierig. Was ist das? Dopamin. Schaust dir das an. Dann liest du das. Und dann fühlst du dich natürlich geschmeichert, weil die Person auf einmal versteht, ah, das ist was mir persönlich wichtig ist. Dann bin ich auch begeistert darüber, was erstmal, wenn du Unternehmer bist, bist du begeistert, über diese Art und Weise auch Marketing zu betreiben, weil das sehr kreativ ist und vor allem auch beeindruckend ist, weil er vielleicht sowas auch mal für sich selber nutzen kann. Aber er wird auf jeden Fall dir dann auch mehr Aufmerksamkeit schenken. Als wenn du ihm einfach schreibst, hey, ich bin Künstler und mach das und das. Ist das für dich interessant? Dann geh auf meine Website. Das funktioniert nicht. Ja, deswegen muss man da ein bisschen guerillamäßig vorgehen. Und dann wird er auf deine Website gehen. Dort kannst du darauf verweisen. Hier können sie sich unverbindlich bei mir melden, entweder per E-Mail oder telefonisch. Und dann können wir gerne einen unverbindlichen Termin ausmachen, indem ich ihnen persönlich dieses Kunstwerk vorbeibringe und ihnen auch mal zeige, was denn so besonders daran ist und so weiter. Ja, dass man so das abschließt. Auf den Umschlag kommt der Name von ihm. Handschriftlich. Und hinten als Absender nur dein Vorname. Nur dein Vorname. Von Petra oder von Nadine. Wenn du ein Kerl bist, auch Frauenname bitte. Ja, weil das macht keine Sekretärin auf. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Vor allem, wenn da ein Gegenstand drin ist. Dieser Brief, der landet auch auf dem Stapel. Weil wenn er unterm Stapel ist, was passiert? Die ganzen Briefe fallen runter, weil du halt dann einen Gegenstand hast, der halt einfach klobig ist. Das heißt, es kommt ganz oben drauf. Das heißt, er öffnet das auf jeden Fall. Und dann kommst du auf jeden Fall schneller ins Gespräch. Und vor allem, das ist eine Sache, die er nicht für sich behalten kann. Auf gar keinen Fall. Glaubst du wirklich, dass er sich das anschaut und dann in die Mülltonne wirft? Und sagt, was ist das für ein Blödsinn? Und ist dann wieder an seinem Schreibtisch und beschäftigt sich mit Tabellen. Nee, darüber wird er jedem erzählen. Ja, was das für eine krasse Herangehensweise ist und wie toll das ist und wie herausragend. Wir müssen natürlich auch mal auf den einen oder anderen treffen, der sagt, was für ein Blödsinn. Lassen Sie mich in Ruhe mit Ihrem Blödsinn, mit Ihrer Kunst oder so. Ja, das wird natürlich auch passieren. Aber das ist halt einfach so, im Direktmarketing wirst du auf Menschen treffen, die zum einen das sehr, sehr wertschätzen, was du machst, aber zum anderen eben auch vielleicht sogar sagen, das ist Müll, was du machst. Das ist einfach auch Feedback. Das hat nichts Wertendes. Das darf man auch nicht persönlich nehmen. Und so hast du eine vernünftige Möglichkeit, mit Direktmarketing zu starten und dann im Nachhinein, falls er sich nicht meldet, dann anzurufen. Dann kannst du anrufen und dann kannst du auch der Sekretärin sagen, es geht hier um einen Brief, den ich vor längerer Zeit, um ein wichtiges Schreiben, das sich Herrn so und so gesendet habe. Es geht nur um eine kurze Rückfrage, ob das für ihn relevant ist oder nicht. Und dann wirst du da durchgestellen, kannst du fragen, wie hat Ihnen überhaupt mein Brief gefallen? Mit dem Auge drin. Ja, und dann wirst du da ins Gespräch kommen und dann kann man da auch nochmal ein bisschen nachhaken. Bitte glaub nicht, dass die Leute sofort reagieren. Immer nachhaken, immer anrufen, weil es kommen Dinge dazwischen, er hat irgendwie einen wichtigen Termin oder sowas. Es kommen immer wieder Dinge dazwischen. Immer nachhaken, immer wieder anrufen, bis du ihn erreichst, bis du ihn erreichst, weil du hast den Grund, ihn zu erreichen. Und dann kannst du ihn halt fragen, sind Sie da grundsätzlich dann interessiert? Möchten Sie, dass ich Ihnen das einfach mal vorbeibringe in diesem Kunstwerk? Und dann kannst du damit halt auch ganz gut arbeiten. Und wenn er sagt, nee, will ich nicht, dann meldest du dich halt nicht mehr bei ihm. Du machst so lange Marketing, bis sie sagen, nee, will ich nicht mehr, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Dann ist der Punkt da, wo du dann sagst, okay, gut, ich konzentriere mich auf andere Leute. Aber stell dir vor, du machst es mit 30, 40 Unternehmen. Was denkst du, wird passieren? Glaubst du, dass da nichts bei rauskommen wird? Glaubst du das wirklich? Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass auf jeden Fall mindestens fünf Leute sich davon melden und sagen, was für eine coole Aktion. Und dann bist du zumindest im Gespräch. Und selbst wenn diese Person nicht von dir kauft, wird sie jedem von dir erzählen. Und das ist auf jeden Fall super tolle Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich hoffe, diese Folge, lieber Herr oder Frau Kanalname, hat dir gefallen, so das Thema Direktakquise auch so ein bisschen aufbereitet zu bekommen, so auch Kalterquise ist. Kalterquise ist halt sehr unbefriedigend und vor allem sehr zeitaufwendig. Und so kannst du halt deine Kreativität auch so ein bisschen nutzen, um halt Menschen zu erreichen. Und mit Lampi-Mail, ja, das ist ein Konzept, das auch sehr gut funktioniert bis heute noch. Und ich kann es nur empfehlen. Vielleicht ist es was für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, einfach at Ikonenschmiede auf Instagram einfach mal schreiben. Du kannst mir gerne auch Fragen stellen. Manchmal lese ich mir das auch auf YouTube durch, was die Leute so schreiben, wie zum Beispiel das von Herrn Kanalname. Ich finde den Namen super. Und ja, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst, wie immer. Und wir hören uns morgen in der nächsten Episode. Bis dann.